Ja hallo, mein Name ist Anselm, ich bin jetzt seit 19 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Ich habe bis jetzt noch keinen Tag bereut. Ich bin der Sebastian, ich bin zur Feuerwehr gegangen, weil ich einen technischen Beruf erlernt habe, aber mir der Kontakt zu den Menschen gefehlt hat und bei der Feuerwehr ist das einfach der perfekte Beruf, das zu verbinden. Ich bin die Heidi, bin 36 Jahre alt und seit 2009 bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Man ist sehr herzlich aufgenommen worden, auch als Frau. Das ist wirklich unbeschreiblich und letzten Endes ist man eine riesengroße Familie. Ich bin der Marco, bin 22 Jahre alt. Ich bin damals mit 12 Jahren zur Jugendfeuerwehr gegangen in meine Ortschaft. Es war für mich schon immer so ein Traum, dann später mal zur Berufsfeuerwehr zu gehen.